Das Skigebiet Küthai liegt auf über 2000 Metern Seehöhe und bietet über 40 Pistenkilometer. Die breiten Pisten gibt es in allen Schwierigkeitsgraden und durch die hohe Lage ist die Schneesicherheit gegeben. Das war auch ein Vorteil für den im Dezember stattgefundenen Damenweltcup. Zwei der Rennen werden kurzfristig ins Küthai verlegt. Es war ein riesiger Erfolg auf alle Fälle. Es war für ganz Küthai gut, es war für Tirol selber auch gut, weil man einfach zeigen hat können, obwohl der schneearme Vorwinter war, dass Küthai Schnee hat, dass Tirol Schnee hat und dass man bei uns Skifahren kann. Wir haben das in einer Rekordzeit von sieben Tagen organisiert. Es war wirklich eine einmalige Chance für uns und man muss auch sagen, dass man jetzt im Nachhinein da die Auswirkungen schon merkt in Sachen Anfragen und dass Küthai einfach um einiges bekannter geworden ist. Nahezu jeder Lift ist vom Ortszentrum aus erreichbar. Das Küthai bietet seinen Gästen auch noch weitere Vorteile. Ja ich glaube das sind die breiten Pisten wo man wirklich Platz hat, um ein bisschen auch mal ein bisschen schneller zu fahren, ein bisschen Gas zu geben. Man hat wie gesagt hier wenig Bäume, man hat wenig Gefahren, Potenziale, wo man Hindernisse, wo man drauf fahren kann. Wir haben auch viele Stammgäste hier, die jedes Jahr wiederkommen und das glaube ich spricht viel Küthai und natürlich auch die Schneesicherheit. Wir sind sicher ein Familienort, wie gesagt durch das, dass von jedem Hotel aus die Pisteneinsicht sind, ist es einfach für Kinder sehr sehr angenehm, weil die Eltern ihren Kindern beim Skifahren zuschauen können. Wir haben hier alles sehr zentral, den Sammelplatz, den Kinderspielplatz. Wir haben hier das Kinderrennen hier am Platz. Also es ist alles hier sehr sehr eng beieinander und ideal für Kids. Kein Kind kann hier verloren gehen. Wir haben natürlich auch durch die Junge Olympiade 2012 eine Super-Bipe bekommen, also eine Half-Bipe, einen Slopestyle, einen Border Cross, der sicher die Sportskanonen sehr anspricht. Ja ganz einfach wo wir da Skifahren gehen. Es ist einfach seine optimale Bedingungen, die Pistenverhältnisse top. Ich bin sehr oft im Krühtai, weil es dann gegen Frühjahr außer dann wirklich auch noch optimal zum Skifahren ist. Das Skigebiet Kühtai hat noch bis zum 19. April täglich geöffnet. Mittwoch und Samstag findet außerdem jede Woche der Nachtskilauf statt.